Ihren Abend so einteilen konnten, dass Sie jetzt bei uns, vielen Dank, vielen Dank, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir haben ein sensationell vollgepacktes Programm mit Traumgästen und mit einer wichtigen Meldung aus der Politik. Sie wissen, wir haben es gestern hier vermeldet, Verona Feldbusch möchte in einigen Jahren in die Politik gehen und die Parteien reißen sich um sie. Die Parteien sind verrückt nach ihr. Zum Bundestagspräsident Thierse darf sie schon Käpt'n Iglo sagen. Das darf ich. Dann, Fans von den Backstreet Boys hier heute Abend. Ja, wir alle werden älter. Da treibt sich wahrscheinlich schon auf Ibiza rum, dieses junge Pack, während ich hier arbeite, um eure Renten zu sichern, ihr Alkoholiker. Denn das ist das Thema von Backstreet Boys. AJ, AJ, nicht OJ, manna, manna, sondern AJ. AJ, AJ von den Backstreet Boys ist, und das macht ihn sympathisch, Alkoholiker. Was heißt Alkoholiker? Nein, er hat ein Alkoholproblem. Er hat sich so die Rübe weggesoffen, dass er nach den Shows die Stofftiere ins Tierheim gebracht hat. AJ, AJ, ich kenne nicht mal mehr einen Hit. Wie heißt der bekannteste Hit von den Backstreet Boys? Sagt mir nichts mehr. Sagt mir nichts mehr. Ich habe die Popmusik abgeschlossen mit den Tennessee Three. Carl Perkins and the Tennessee Three. Ihr kennt sie, oder? Dum 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 dum. I was born in a burning ring of fire. Damals 1952, als ich meine letzte Pop-CD gekauft habe. Seither, glaube ich, hier abends die Platten der Gäste. Musikalisch. AJ von den Backstreet Boys war so besoffen, er hat nicht mehr mehr die Linie vom Koks getroffen. Jetzt musste die Tour abgebrochen werden. Und dann, wir lassen uns täuschen über das schöne Wetter und die bauchfreien Girlies in den Innenstädten. Aber es steht schlecht um Deutschland. Nur noch ein Prozent Wirtschaftswachstum, Stellenabbau, Pleitewelle, Kurzarbeit. Es ist ganz, die Arbeitsmarktprognosen sind so schlecht, ja. Viele Arbeitslose haben heute aus Protest eine Stunde die Schwarzarbeit niedergelegt. Die CDU, meine Damen und Herren, unsere großartige Partei, die CDU, hat festgestellt, die Wirtschaft befindet sich im Sturzflug. Und die CDU kann das beurteilen, denn sie hat die gleiche Flugrichtung. Die Wirtschaftsprognosen sind so schlecht, bei offiziellen Anlässen hisst man schon die Flagge der Telekom. Aber wir sind stolz auf die Deutsche Telekom und auf unser Team Deutsche Telekom. Bei der Tour de France, Erik Zabel, schon zwei Etappensiege. Jan-Ulrich nur 30 Sekunden hinter dem Führ unter dem gelben Trikot und nur drei Sekunden hinter Lance Armstrong vom US-Post-Service. Morgen geht es in die Alpen, glaube ich. Und in die Burgessen? Wo geht es morgen hin auf der Tour de France? Ja, interessiert sich hier keiner für gar was. Das ist doch unglaublich. Oder arbeiten Sie, wenn die mittags übertragen wird, oder was ist das? Wir gucken das an, jeden Mittag, sechs Stunden. Das ist die Kirche von Iro-le-Sac, 1251 gebaut und drei Meter höher als erwartet. Jürgen, Herbert Watteroth und der Ingo Dubinsky des Radsports. Wie heißt der jetzt? Das komme ich nicht drauf. Wie heißt der denn? Ist der Manuel schon da? Wie heißt der denn? Hagen-Bosdorf. 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 Hagen-Bosdorf hat eine sehr geile Gesichtsfrau, weil er hat eine größere Sonnenbrille von der ARD als im letzten Jahr. Und er sieht jetzt oben und unten aus wie ein Bergarbeiter und in der Mitte ganz bleich. Hagen-Bosdorf. Dabei hat mir der Arzt gesagt, die Nissen seien weg. Der Sind Menschen hier, die Urlaub in Italien planen, meine Damen und Herren? Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Vorsicht! Italien wird jedes Jahr kleiner. Italien verliert von Jahr zu Jahr 1,5 Meter an Küste. Es hat allerdings den Vorteil, dass der Weg vom Hotel zum Strand kürzer wird. Meine Gäste heute Abend. Meine Gäste heute Abend. Die einzige Motorrad-Berufs-Rennfahrerin, die es geschafft hat, in dieser knallharten Männerdomäne einzubrechen. Und in diesem Jahr bereits zwei Punkte gesammelt hat in der Weltmeisterschaftswertin. Heute bei uns Katja Pönschken. Mein zweiter Gäste, ein fabelhafter Schauspieler. Und ich freue mich sehr, dass ich nach vielen, vielen Jahren, in denen ich Ihren Bildschirm bewundern habe, endlich mal persönlich kennenlerne. Er ist unter anderem auch die deutsche Stimme von Bruce Willis und Gerard Departieu. Und er hat jetzt Kassetten besprochen mit Jerry Cotton. Und Sie wissen, Sie haben in meiner Jugend Jerry Cotton verschlungen. Sechs bis siebenhundert Hefte habe ich gelesen. Und jetzt, wo meine Augen trüben werden, kann ich das hören. Hören, da tehen. Jerry Cotton auf CD. Heute Abend bei uns Manfred Lehmann. Motorrad-Profi-Fahrerin Katja Pönschken. Und meine Damen und Herren, Manfred Lehmann, ein großartiger Schauspieler, deutsche Stimme von Bruce Willis und von Gerard Departieu. Und er hat Jerry Cotton auf Kassette gesprochen, für alle, die jetzt lieber Hörern statt lesen. Das hier sind die aktuellen CDs. In Aspen ist die Hölle los. Route 66, Straße zur Hölle. Wir blieben nur noch Stunden. Und Blutnacht auf dem Airport. Habe ich zum Teil, glaube ich, schon gelesen. Echt? Ja, das ist irre. Wir können das nachher mal in den Ausständen hören. Das ist großartig gemacht. Und es ist ja auch für mich eine Erleichterung. Eigentlich wollten wir es jetzt hören. Wir wollten es jetzt hören? Jetzt schon? Ich bin völlig durcheinander, weil mir Hagen-Bosdorf nicht mehr eingefallen ist, dieser Name. Mensch, Hagen-Bosdorf. Ja, Hagen-Bosdorf. Hagen-Bosdorf, der heute noch gesagt hat, dass die Kirche in Irlösek 1241 renoviert wurde. Auf dieser acht Stunden lang. Hättest du es gewusst, Hagen-Bosdorf? Ja, ich hätte es gewusst. Ja, du machst ja auch den ganzen Tag nichts anderes als das Gucken. Ja, eben. Deswegen weiß ich auch, dass es morgen weder in die Alpen noch in die Bogesien geht. Sondern? Ziemlich flach Mannschaftszeit fahren. Mannschaftszeit fahren. Und das ist der letzte Satz von Jürgen Emich heute gewesen in der Reportage. Das Klassement, das Sie jetzt sind, meine Damen und Herren, wird morgen ordentlich durcheinandergewirbelt werden. Wie sieht die Chance von unserem fantastischen Team Deutsche Telekom aus? Also ich würde sagen, wenn Sie ein bisschen schneller sind als letztes Jahr, wo Sie 40 Sekunden auf US Postal hatten. Das ist das Team von Lance Armstrong. Genau, da können wir glücklich sein. Also ich denke, morgen fährt Lance Armstrong ins Gelbe. Das ist Fachsprache übrigens. Morgen fährt Lance Armstrong ins Gelbe. Morgen fährt Lance Armstrong ins Gelbe. Das heißt nicht, er rast in ein Telefonhäuschen, sondern er fährt ins Gelbe Trikot. Uns interessiert das. Die Fachsprache. Das Loch zu fahren. Das Loch zu fahren. Der Patron der Tour. Der Patron der Tour. Und die Tour hat wieder einen Patron. Das ist eindeutig Lance Armstrong. Ja, aber man mag ihn nicht, wie heute berichtet. Wieso? Wieso mag man ihn nicht? Weil Rudi Altich hat gesagt, man mag nicht. Rudi Altich, ein großartiger Kommentator, eine Legende, Verfasser des Buches, Elf Speichen müsst ihr sein. Bei Jürgen Ehm. Ich habe ihn gerade noch gesehen um 17.11 Uhr, wie er nochmal das zusammengefasst hat, den heutigen Tag. Genau, und er hat gesagt, es hat Tradition. Man hat nicht Inno gemocht, sondern den Zweiten. Man hat Polidur gemocht und nicht so Eddie Merckx. Man hat aber Eddie Merckx nicht gemocht. Nein, das war doch der Kannibale aus, nein, es ist irgendwie. Der Kannibale, der legendäre Spitzname von Eddie Merckx. Und man hat auch Miguel Induray nicht gemocht. Nein, das war ja auch klingt gelangweilig. Der ist ja immer nur mitgefahren, hat ein Einzelzeitfahren gewonnen und aus. Nein, man braucht die Emotionen, man braucht dieses Verlierertum in Frankreich. Richtig, warum fährt Boris nicht mit? Äh, scheiße, ist mein, der Pär. Das würde man sehen wollen. Ja, genau, genau. Oder, wartet mal, da war eine alte Schalt schnell. Ich glaube, Boris müsste dazu nicht mal absteigen. Einfach ein Stück mitnehmen und dann adios. Hier ist die Nummer von meinem Anwalt. Also morgen fährt Lenkx Armstrong. Wie ist das Team von Onze zu bewerten? Der Spanische? Onze? Onze. Ach, die fährt... Kein Star. Nein. Deutsche Telekom, morgen, wird Jan rangefahren von seinen Leuten an. Naja, die sind halt außer Jan nicht so stark im Zeitfahren. Also, naja, Schadensbegrenzung. Wo ist das Einzelzeitfahren, das Mannschaftszeitfahren? Äh, von... Heute wurde in Huy gestartet, kenne ich, bei Lüttich. Huy, genau. Huy bei Lüttich. Hinter Lüttich schon zu. Auf dieser gefährlichen Autobahnabfahrt, wo es auf der einen Ecke Richtung Luxemburg geht, auf der anderen Ecke Richtung Paris, wo ich schon teilweise schwere Unfälle fast gebaut hätte, wenn nicht wirklich noch osteuropäische Kleinwagen noch orientierungsloser gewesen wären. Und hinter mir den Hungaro-Kamion abgefangen hätten. Hungaro-Kamion. Ich habe keine Vorteile gegen Hungaro-Kamion, aber wenn ich Hungaro-Kamion hinter mir sehe, mache ich Pause. Dann weiß ich, 84 Stunden und Kaffee-Pulver-Roh. Zum Wachbleiben. Ja, und dann ging es ja heute über die französische Grenze in die Region Möse. La Möse. La Möse, die Mas. Und auch eine berühmte belgische Tageszeitung. Als ich noch steuere, Flüchtlinge war in Belgien, habe ich oft La Möse. La Möse. Bonjour, La Möse, s'il vous plaît. Keiner hat es kapiert, außer mir. Und morgen geht es von Verdun nach Bar-le-Duc. Bar-le-Duc ist fantastisch. Von Verdun nach Bar-le-Duc. Das ist eine traditionsreiche Strecke. Ja, absolut. Schon immer gewesen. Und viel Wind. In frühen Jahren. Von Verdun nach Bar-le-Duc. Bar-le-Duc ist ein berühmter Bahnhof. Ich erinnere mich aus meiner Interrail-Zeit, als ich ja von Stuttgart nach Kreta fahren wollte, aber über Straßburg gefahren bin, weil es dort nur 8 Mark gekostet hat bis zur Grenze mit Interrail, während es bis Salzburg 12 Mark gekostet hat. Und Bar-le-Duc, da hält der Schnellzug von Stuttgart nach Paris ungefähr um 3 Uhr morgens. Ja, das ist, das ist Nancy, Metz, nein, Metz, Nancy, Bar-le-Duc, dann glaube ich Reims, weiß ich nicht genau, Bronze auf der Schnellzug. Und da gehen wir auf, von Verdun. Und sind das Berge der dritten, vierten und fünften Kategorien? Nein, ganz flach. Dürfen wir überhaupt reden? Das ist ja nur Berichterstattung, Zitatberichterstattung. Ja, ja, eben. Wir zeigen ja keine Bilder. Wir zeigen keine Bilder, sondern wir zeigen Töne. Und zwar, meine Damen und Herren, Sie werden jetzt Töne sehen zu Hause. Also setz dich bitte ganz nah vor dem Bildschirngerät und drücken Sie bei der Fernbedienung auf ganz nach rechts bei Lautstärke. Denn jetzt spielen wir einen Ausschnitt vor aus einer, und du musst raten, aus einer CD von Cherry Cotton, gelesen von unserem Gastmann Fred Lehmann, der gleich kommt. Und Sie können zu Hause raten. Und Herr Andrak, der Patron der Tour, wird auch raten, aus welcher CD, Cherry Cotton. Moni grinste. Dann ging er in die Herrentoilette und zog eine Packung Kondome aus dem Automaten. Nancy, so hieß die Blonde, verließ die Damentoilette und sie trafen sich vor dem Lagerraum. Er machte eine Kopfbewegung zur Tür mit dem Schild Privat hin. Der Atem der Blonden beschleunigte sich. Sie sahen sich kurz um, dann betraten sie den kleinen Raum. Moni schloss die Tür und betrachtete danach die Frau eingehender. Ihre üppigen Brüste hoben und senkten sich. So heftig ging ihr Atem jetzt. Langsam zog sie sich ihr dunkelblaues Trägershirt über den Kopf und Moni fühlte eine Glutwelle durch seinen ganzen Körper rasen. Das ist Cherry Cotton. Er zog sie an sich. Das war auch früher anders. Früher spritzte irgendwie Hirn an die Wand und so weiter. Das ist Cherry Cotton. Seine großen Hände packten ihre Gesäßbacken. Dann hob er die Dralle Blonde auf einen schmalen Tisch. Das ist Cherry Cotton. Und dort nahm er sie mit drängenden Stößen. Das erinnert mich an Konzalik früher. Als sie ins Quackstopp-Restaurant zurückkehrten, sah Moni den Mann, der ihm den Kaffee spendiert hatte, ungeduldig winken. Hey Kumpel, wo bleibst du? Mike will ein paar Bilder von uns machen. Danke. Ich bin nicht ganz aufgeregt. Ganz schön harter Stoff. Das erinnert mich an Konzalik. Habe ich immer gesucht, weißt du, die Stellen. Da sind ja... Der Arzt riss sich die Uniform. Ihre Hüften drängten sich ansehen. Und das amputierte Bein behinderte ihn. Ja, aber das spielte ja immer irgendwo in Russland oder so. Der stumpf glühte, als er sie nahm. Heute Mittag habe ich eine wahnsinnig gute aussehende Frau gesehen im Fernsehen. Haben wir Zeit? Kann ich das erzählen? Ja, natürlich haben wir Zeit. Ich habe eine unglaublich gute aussehende Frau gesehen. Und zwar, ich sitze da kurz vor eins und warte auf Neues vom neuen Markt natürlich. Ja, weil ich mir sage, wie sieht es aus im Penny-Stock-Bereich? Soll ich wieder reingehen bei egal wo eigentlich, ja? Für 30 Cent, da gucken wir nicht so genau hin. Plötzlich sehe ich eine unglaublich attraktive Blondine bei Busch stehen. Bei Friedel Busch. Ich weiß gar nicht, ob Busch war. Ich habe nur noch auf diese Frau gesehen. Und ich dachte mir, bei NTV, die schuld sind an den miesen Kursen im neuen Markt. Das macht NTV persönlich. NTV wie an der Tankstelle. Der Chef von NTV klettert abends mit der Leiter hoch. Und macht die Kurse auf niedrig. Gehen Sie zur NTV, beschweren sich dort. Und um davon abzulenken, denke ich, mir stellen die eine wahnsinnig attraktive Frau da rein. Ich stelle aber fest, es war kein Model. Es sah aus wie Nadja Auermann oder Claudia Schiffer. Es war eine Investmentbankerin von Solomon Brothers. Oder nee, Lehman Brothers. Wie? Goldman und Sachs. Goldman. Goldman, Solomon, Oppenheim. Diese ganzen Namen klingen alle ähnlich irgendwie. Das ist Goldman. Goldman. Von Goldman Sachs. Sachs früher, jetzt Sachs. Ja. Das ist Amerikaner. Goldman Sachs. Hast du auch ein Konto bei Goldman Sachs? Nein. Nein, du hast ja bei Direct Bank. Oder bei Ökobank. Nein, Direct Bank. Und Goldman Sachs und die Frau heißt Katharina König. Katharina König. Und ich werde Sie jetzt anrufen. Ich habe noch nie eine derart gut aussehende Frau bei NTV gesehen. Wir haben auch ein Bild von ihr, glaube ich. Wir haben ein Bild von ihr? Ja. Hier. Schau dir mal das an. Bankerin bei Goldman Sachs. Ich denke wirklich, das ist, das ist, sie sieht ein bisschen aus wie die Muse von Job. Weißt du, wie neulich hier war? Ja, oder Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Ja, und das ist Katharina König und bei Goldman Sachs. Wie spät haben wir jetzt? Ähm. Real Time. Hast du keine Uhr? 20 nach 6. 20 nach 6. Danke, Susanne. 20 nach 6, ja. Er muss jetzt zwischen alten Tempos suchen in der Hosentasche. Dass ich kein Freizeichen höre, ist das normal? Muss ich eine Null drücken? Ne, eigentlich nicht. Ich blick nochmal auf. Das ist eigentlich ein Freizeichen. Jetzt, jetzt höre ich ein Freizeichen. 0, 6, 9. Das kenne ich nur von Jürgen Schneider, als ich früher angerufen habe. Goldman Sachs. Diese Banker haben in so mehreren Namen so. Ah, I hear a Freizeichen. Guten Tag, Stefan again. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Harald Schmidt. Ich hätte gerne bitte Frau Katharina König gesprochen. Einen Moment, bitte. Er will uns bestimmt veräbbelt. Dass Sie keine Warteschleife haben. So, money make the work around. Hallo? Frau König? Nein, gern noch. Aber Sie wissen doch, dass sie in London ist eigentlich? Frau König ist in London? Ich habe die heute Mittag auf NTV gesehen um 10 vor 1. Hallo? Ja, ich überlege gerade. Sie ist eigentlich based in London. Bitte? Sie ist based in London. Könnte sein, dass sie heute da ist. She is based in London. I have seen her in a German TV-Sender. Little, poor, pleite NTV. 10 vor 1. Ich schwöre es Ihnen, 100%ig. Die muss doch heute bei Ihnen sein in Frankfurt. Oder ist sie schon wieder nach London zurückgeflogen? Ich stelle doch, ich probiere es mal. Kleinen Moment. Ja, danke. Diese Bänke können Sie nicht leisten, heute noch patzig werden bei diesen Kursen. Da geht es um Milliarden zum. Wenn die frech werden, bin ich sofort bei der Reife Eisenkasse. This is Goldman and Sachs. We are sorry for your depot, but wir waren es nicht. So ist eigentlich, wenn ich meinen Eltern anrufe, meine Mutter muss meinen Vater aus dem Keller holen. Denn Investmentbanking ist natürlich eine Sache, in der es um Sekunden geht. Tokio, 10 Millionen raus, yeah, rein, buff, bam. Ist das jetzt tot, oder? Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich höre ja gar nichts. Hallo? Ich habe Ihre Mobilnummer, ich stelle Sie durch. Kleinen Moment, bitte. Dankeschön. Mobil. Wahrscheinlich in so einem Privatjet mit Shampoos. So wünschen wir uns berufstätige Frauen in Deutschland, verstehst du? Nicht abgehetzt, mit zwei Tüten auf dem Rad nach Hause schaukeln und so. Based in London. Frau König ist based in London. Based in London. Vielleicht sollst du in Berlin anrufen, dass es keine Bildstörung ist, sondern dass ich warte. Hallo? Hallo, Frau König? Ja? Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Ich habe eine Fernsehshow. Ich weiß nicht, ob Sie die Show schon mal gesehen haben, die Harald-Schmidt-Show. Doch, doch, die kenne ich. Ich wohne zwar nicht in Deutschland, aber ich kenne sie sonst. Ja, Sie leben in London, ja? Ja, genau. Wo sind Sie denn jetzt gerade? Ich bin in Frankfurt gerade. Und sind Sie noch in der Bank? Nein, bin ich nicht mehr. Wo sind Sie denn in Frankfurt? Ach so, ich bin unterwegs hier bei, ja, wir sind mit Kunden heute Abend unterwegs. Mit einem Kunden? Ist das ein Banker oder ist das jemand, der Aktien platzieren möchte? Das sind alles Banker auch. Das sind alles, ich habe Sie heute Mittag gesehen um 10 vor 1 bei NTV, ja? Ja. Und nicht nur, dass Sie das natürlich fachlich glänzend gemacht haben, sondern ich war auch unglaublich beeindruckt, wie attraktiv Sie aussehen. Ach, Mensch, das ist ja nett. Naja, weil für uns bei diesen Kursen ist es natürlich wichtig, dass wir für das Auge eine Freude haben. Ja? Das ist mein Publikum. Das sind die kleinen Aktionäre von der Telekom, die ich heute Abend eingeladen habe. Leben Sie denn in London? Ja. Wie lange sind Sie denn in Frankfurt noch? Ich bin nur noch heute Abend hier. Sie sind morgen schon wieder in London? Ja, ich bin wieder unterwegs. Wirklich? Wirklich? Und da gibt es auch keine Möglichkeit, das zu verschieben? Nein, das geht nicht. Nein. Ich meine, wir hätten Sie natürlich wahnsinnig gerne morgen hier in die Show eingeladen. Nein, leider geht das nicht. Das werde ich nicht machen können. Das können Sie, was haben Sie denn morgen in London für Termine? Sehr wichtige. Ein Freund von mir wird 30, das ist ein wichtiger Termin. Ja, aber das 30-Jährige ist ja nur eine private Sache. Stellen Sie sich mal vor, die Eigentümer von Goldman und Sachs, wie heißen die eigentlich? Heißen die Goldman und Sachs? Goldman Sachs, ja. Ja. Das ist ja eine unglaubliche Möglichkeit, PR zu machen für Ihr erstklassiges Bankhaus hier. Wenn Sie jetzt sagen, wegen einem 30-jährigen Geburtstag von so einem Typen der Eberhardt wegen der Wiesenschwindel gefeuert wird. Das sehen die Bosse bestimmt gar nicht gerne. Hallo, Frau König. Ja, ich höre Sie. Können Sie den Termin... Ich muss auf jeden Fall zurück. Sie müssen auf jeden Fall zurück? Ja, auf jeden Fall. Und wie viel ist der Termin? Haben Sie das mit der Geschäftsleitung abgesprochen? Natürlich, wissen alle Bescheid. Wirklich wahr? Das können Sie doch gar nicht so schnell. Sie schwindeln. Nein, nein. Können Sie am Freitag kommen? Nein, leider nicht. Was haben Sie am Freitag für Termine? Weiß ich jetzt nicht, aber ich bin in London. Ich muss arbeiten und ich fahre auch auf eine Hochzeit und ich habe... Also jetzt... Eine Hochzeit? Ja. Wo ist die? Die ist in London. In London. Sind das Banker, die da heiraten? Nein. Nein. Camilla? Das ist aber gerade kein dienstlicher Hintergrund, diese Hochzeit, oder? Nein, das ist auch privat. Das ist privat, ja. Ja? Ja. Frau König, vielleicht können wir Sie noch umstimmen. Glaub ich nicht, aber herzlichen Dank. Ja. Wollen Sie Kohle? Nein. Hallo? Ja? Liegt es auch nicht am Geld? Nein, es liegt nicht am Geld. Ich muss wirklich leider gehen. Ich habe nämlich einige Leute, die auf mich warten. Aha. Liebe Grüße und vielleicht gelingt es uns noch. Wir versuchen das nochmal. Ja? Okay. Wiederhören. Ich rufe den Chef an jetzt von ihr. Gib mir nochmal die Nummer, bitte. Gib mir nochmal die Nummer, bitte. Susanna. Die Nummer, die Nummer. Geh doch nicht in diese Bewerbungshaltung, sondern zeig mir die Nummer. Muss ich eine Null vorwählen? Muss ich eine Null vorwählen? Ich wähle einfach. Ja, jetzt reicht es mir. Jetzt rufe ich Mr. Goldman an. Der muss ja noch da sein, oder? Die Chefs gehen doch da bestimmt zuletzt. Horst Goldman und Walter Sachs. Hallo? Schmidt ist mein Name. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, ich bin da. Ja, Schmidt, ich hatte gerade schon mal angerufen. Könnte ich zufällig noch Herrn Goldman sprechen oder Herrn Sachs? Äh, nee, das können Sie leider nicht. Die sind nämlich nicht hier. Tut mir leid. Ist irgendein Deutschlandschef im Haus? Ähm, Moment mal, ich stelle Sie mal weiter. Danke. Wie ist Ihr Name? Bitte? Wie ist Ihr Name? Schmidt, Harald. Ich hatte gerade schon mal angerufen. Okay, Moment bitte. Haben wir die Zeit? Ja, natürlich. Wir wissen es. Wir müssen nur den großartigen Beitrag, wo Helmut bei David Duchovny war, dann morgen zeigen. Das ist sensationell. Das ist super gut. Helmut bei David Duchovny. Obwohl, morgen gibt es ja auch für die Zuschauer die Bücher von Martin Walzer für den Urlaub. Der Lebenslauf der Liebe. Da geht es auch um Investmentbanker, der am Schluss aber inkontinent ist und sich nicht selber ein Bett mehr umdringen kann. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Nein. Wenn ich denke, wie schnell ich da bei meiner Dorfsparkasse durchkomme. Würtingen. Tut mir leid, da kann ich Ihnen heute nicht weiterhelfen. Es ist nämlich keiner im Haus. Kein Chef mehr im Haus? Nein, tut mir leid. Wo sind die denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Melden die Sie nicht ab? Keine Ahnung, bei mir nicht. Ja, aber haben Sie nicht so eine Handynummer oder so, dass Sie den irgendwo rausklingen? Es ist wichtig. Ja, ich kann Ihnen aber wirklich nicht weiterhelfen. Dann müssen Sie morgen wieder anrufen. Die sind nicht da. Wann ab morgen? Rufen Sie einfach morgen um ab 8 Uhr an. Ich habe die Privatnummer Ihres Chefs. Soll ich Ihnen mal durchgeben, ob die stimmt? Nee, lassen Sie mal. Das rufen Sie lieber nochmal hier an. Das hat keinen Sinn, wenn Sie mir die Privatnummer geben. Ja, weil es ist wichtig. Ich möchte die Bank kaufen. Ja, ja, ich kann. Ja? Danke, bis morgen. Tschö mit Ö. Die sind ja lokal. Aha. Was ist weg? Geburtstage. Das ist dieses Bankerleben. Hochzeiten, Geburtstage, dieses Gegickel die ganze Zeit. Verstehst du? Aber wenn ich zum Beispiel jetzt Schatzparkkasse Köln angerufen hätte, oder Volksbank Friesenhagen oder so, die hätten sofort den Filialeiter hierher gefahren. Selber. Ja? Nein, Goldman Sachs, man scheint es wohl nicht mehr nötig zu haben. Naja. Dann lest mal ruhig morgen Seite 1 Wirtschaftsteil FAZ. Damit ihr wisst, was euch das kostet. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist die einzige weibliche Motorradrennfahrerin in dieser harten Männerdomäne. Sie gewann als einzige ein, was? Sie bekam als einzige, das ist so dermaßen dunkle unter der Kamera, was? Eine Startgenehmigung für den WM-ID. In der 50er Klasse. In Deutschland heißt das, ID. Nein, in der. Ach so, ich dachte in Deutschland. Also, mein nächster Gast, meine Damen und Herren, bekam als einzige Frau eine Sondergenehmigung als...